Herzlich willkommen zu Folge Nummer 393 von Dortmunds Lefty Barne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörende, wir trinken heute Ekstase Energy Kiwi and Lemon Taste. Ich hätte jetzt fast gedacht, das ist so eine Art Mate mit 32 Milligramm 100 Milliliter Koffein. Das riecht und schmeckt auch im Nachgang ein bisschen wie Mate. Das stimmt, das stimmt. Ich finde es tatsächlich ganz lecker. Also es ist eindeutig Lemon, Kiwi bin ich mir nicht so sicher, vielleicht esse ich den zu selten. Aber mir gefällt es gut. Ja. Schönes Ding. Das ist, und den habe ich bei Woolworth gekauft für irgendwie 55 Cent. Ja cool, gutes Zeug. Ist halt Zucker drin, aber ansonsten gefällt er mir gut. Ein bisschen sauer, aber auch nicht so süß wie normale Energydrinks, sondern halt so mateig, finde ich. Ja, irgendwie nett. Ja, irgendwie nett. Irgendwie nett, vor allem immer was anderes als sonst. Kann man trinken. Ja, kann man spielen, ist Kanak. Big Kanak heißt das Spiel, was wir gespielt haben. Auf der Gaelco Arcade 2 Collection ist es drauf. Und da war so eine schicke Karte bei und ich wollte das einfach, weil es interessant aussah, spielen. Es geht so um ägyptische Götterwelt. Und was ich ganz spannend finde, wenn man die Cartridge in dieses Gerät reinsteckt und da auf Info geht und da den Text liest, dann steht da ganz unten, Evercady, Katie ist ja quasi das Maskottchen von Evercade, empfiehlt. Und dann sagt er dir, du kannst diesen Special Move machen, indem du nämlich nach hinten beziehungsweise nach oben in den Bildschirm reinspringst, indem du Sprung und A drückst und nach vorne wieder. Ja, und hätte ich das nicht gewusst, hätte ich das wahrscheinlich nicht gewusst. So, und ich bin dann irgendwann stecken geblieben im Spiel, aber das lag nicht daran. Worum geht's? Ist eigentlich völlig egal. Karnak war ein Ort in Ägypten früher und danach ist offensichtlich dieses Spiel benannt. Das ist ein Jump'n'Run im Grunde. Relativ simpel und einfach zu verstehen, nicht zu spielen, weil es tauchen ständig irgendwelche Gegner auf und man muss die halt platt hauen. Ich fand die Affen, die mit den Kugelsnüssen werfen, nervig. Ich fand insgesamt nicht so wahnsinnig viel spannend an diesem Spiel, bis sich das erste Level beendet hatte, weil das erste Level, da rennst du halt in so einer Wüste rum mit so ein paar Ruinen und dann tauchen halt irgendwelche Skelettgegner und Affen mit Kokosnüssen auf und Mumien natürlich, die du platt hauen musst und die treffen dich und dann wirst du halt verletzt und dann bist du irgendwann hin und dann schmeißt du eine Münze nach mit dem wundervollen Select-Knopf und dann kannst du halt weitermachen. Und wenn du das erste Level hinter dich gebracht hast, dann gibt es am Ende natürlich ein großes Skelett, was du besiegen musst und dann kommt tatsächlich so eine spannende Kartenübersicht, wo du vier Tipps bekommst, was du auf dieser Karte alles finden kannst, wenn du denn da hinkommst und dann startest du das zweite Level. Und der erste Tipp, den ich verfolgt habe, war, da gibt es halt noch einen Fahrstuhl, was jetzt so ein bisschen anachronistisch ist in dieser ägyptischen Götterwelt da. Aber gut, was soll's, Götter gibt es ja auch nur so halb, wenn überhaupt. Und dann habe ich diesen Fahrstuhl hinter mich gebracht und dann gab es einen Moment, wo ich einfach nicht weitergekommen bin. Und da habe ich gedacht, ja okay, das Spiel, das ist halt von 1991, da wussten sie noch nicht so richtig, wie Spieler und Spielerinnen auf so ein Level reagieren und wie man das hinweist, wo es weitergeht. Das haben sie halt nicht geschafft und ich bin dann einfach nicht weitergekommen. Da war eine Treppe, wo ich augenscheinlich irgendwie hätte hochspringen müssen, aber nicht konnte. Und darunter waren zwei Lampen, wo ich deren Bedeutung nicht verstanden habe. Und dann habe ich halt aufgegeben. Wie war denn deine Erfahrung so? Ja, ich habe also das erste Level gespielt und dann nach diesem Skelett-Entgegner, da bin ich irgendwie zu so einem zweiten Entgegner gekommen. Ach. Ich weiß auch nicht warum. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam der direkt nach dem ersten Entgegner, kam der zweite Entgegner. Vielleicht hast du besser gespielt als ich. Und dann hatte ich kein Bock mehr. Ja, das Spiel ist halt nicht so spannend. Also, du rennst halt rum und verklopst Monster so und der bewegt sich, der bewegt sich okay, diese Hauptfigur, die man da spielt. Aber ist das jetzt nicht beeindruckend so? Zwischendurch habe ich gedacht, okay, jetzt würde ich gerne ausweichen. Ah, nee, ich bin noch in der Kampfanimation, deswegen geht es gerade nicht. Ah, da werde ich halt getroffen. Ein wichtiges Element bei Spielen, das fühlt sich halt so ein bisschen nach Beat'em up an. Ein wichtiges Element dabei ist, dass du Animationen auch abbrechen kannst, indem du eine andere Taste drückst und die dann gilt quasi. Und das macht dieses Spiel halt nicht. Also, das zieht dann erst die erste Animation durch und darum fühlt es sich halt so ein bisschen behäbig an in der Steuern. Ja, also, wenn man die Cartridge-Hart kam, kann man das mal spielen, aber es ist jetzt auch nichts, was man... Und das ist angeblich von Gaiel Co. eines der besseren Spiele. Auch eines der ersten. Ja, weiß ich nicht. Scorch hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht letztes Mal. Ja, fand ich auch besser. Gut. Als nächstes, ich bin ja gerade dabei, meine Apps weiter zu programmieren und also ein Listen-Feature, wo man Spiele filtern und sortieren kann, zu integrieren. Und während ich das Ganze teste, habe ich einen Filter angelegt mit ungespielten Evercade-Spielen. Mhm. Und dann habe ich diese Liste einfach mal nach den Ratings sortiert. Und da war Lock & Chase das bestgeratete Spiel. Und deswegen spielen wir Lock & Chase. Okay. Das ist ein bisschen älter, das ist von 81. Und ist auf der Data East Arcade Collection drauf. Ja, wunderbar. Gleich direkt ein bisschen Werbung mitgemacht. Wann gibt es das Feature für alle? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich habe da noch so zwei, drei Bugs. Also tatsächlich, wenn ich jetzt aus diesem Filter, also aus dieser Filteranliste, dann in ein Spiel gehe und dann beispielsweise den Spielstatus ändern möchte. Das wollte ich mich jetzt bei diesem Big Kanak, habe ich das gemacht, dann schütze die App ab. Und aber auch nur, wenn ich aus diesem Filter da reingehe. Wenn ich nur in das Spiel reingehe, aus der normalen Liste und da dann ein Big Kanak bewerte oder ein Namensspiel bewerte, ist das kein Problem. Und da muss ich nochmal gucken, woran es liegt. Ja. Also das Feature gibt es halt, sobald ich keine offensichtlichen Bugs mehr finde. Das gibt total Sinn, ja. Ja. Also ich habe jetzt überlegt, ich will jetzt keine weiteren Features reinbringen in den nächsten Release, aber ich will die offensichtlichen Bugs noch fixen. Mhm. Ja. Gefixt habe ich auch meinen PC. Wir erinnern uns, ich habe ja hier einen PC mit Windows drauf, den ich nur zum Stream benutze. Und der wollte ja nicht mehr. Ja. Ich habe das schon mal in unserem letzten Stream am Mittwoch, wo wir nämlich wieder gestreamt haben, erklärt. Aber ich kann es auch nochmal im Podcast erzählen, was da passiert ist. Das ist nämlich eigentlich ganz lustig. Also ich habe ja diesen PC so vor zwei Jahren neu rausgebaut. Oder zusammengesteckt aus den Bauteilen. Ähm, und, ähm, ja, jetzt ist er halt nicht mehr hochgefahren. Nachdem ich den einmal irgendwie Update, Windows Update oder sowas war da, und dann ist er nicht wieder hochgefahren. Und er hat immer so komische Geräusche gemacht, die ich als Piepen wahrgenommen habe. Und per Videocall hast du ja auch gesagt, das ist ein Piepen. Und dann haben wir gezählt. Und dann hat er irgendwie gesagt, hier, CPU oder Mainboard kaputt. Und alles ein bisschen seltsam. Ähm, dann habe ich letztens gedacht, okay, dann irgendwie musst du die nochmal wieder zum Laufen zubekommen. Vielleicht kannst du ja, kann ich ja vom externen Laufwerk booten und Windows neu installieren. Vielleicht hilft das ja. Mhm. Ähm. So, dann habe ich mir eine externe, ich habe so noch so eine M2 externe SSD. Die habe ich auch in einem externen, also in einem Gehäuse drin, da habe ich die angeschlossen. Und da wollte der aber nicht von booten. Und dann habe ich gedacht, ach, dann schraubst du den einfach auf. Und da drin ist ja dieser M2-Slot, wo auch mein Betriebssystem drauf ist. Das ursprüngliche Windows. Dann schiebe ich diesen, dieses, diese SSD einfach da rein und boot und gucke mal, was dann passiert. So, dann habe ich den aufgeschraubt. Habe dann diese, all die interne SSD da gesehen. Und habe gesehen, oh, auf dem Board ist ja noch ein zweiter M2-SSD-Slot. Da packe ich doch mal diese andere, also die jetzt vorbereitete Windows-Installations-SSD. Dann packe ich die doch mal da rein und gucke mal, was passiert. Mhm. So, dann habe ich den PC angemacht. Und dann hat er gesagt, RAID-Error. Ich sage, hä, RAID? Ich habe ja keinen RAID eingestellt. Aber vielleicht ist das ja Standard-Einstellung, dass er diese beiden M2-Slots als RAID benutzen möchte, wenn da beide befüllt sind. Bin ich mal ins BIOS reingegangen. Im BIOS hat er dann keine von diesen M2-Discs angezeigt. Aber hat angezeigt, dass da eine SATA-Festplatte installiert ist. Mhm. Und SATA-Festplatte habe ich gedacht, hä? Wo ist die denn? Die sehe ich ja gar nicht in diesem Gehäuse. Und dann ist mir eingefallen, dass ich jetzt diesen PC gebaut habe, dass man das Gehäuse auch von der anderen Seite aufmachen kann. Also, dass man quasi flacher hat. Er hat nicht ganz so viel Luft dann von der Seite. Aber da konnte man Festplatten an die Wand schrauben, also quasi an die Rückseite schrauben. Und dann habe ich mal geguckt. Und dann tatsächlich, da waren dann zwei SATA-Festplatten. Ja, das ist ja seltsam. Habe ich die erstmal abgebaut. Und dann habe ich den PC neu gestartet. Und dann funktionierte er. Also offensichtlich war irgendwas bei diesen SATA-Festplatten kaputt. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund wollte er wohl von diesen booten. Und hat dann nicht gebootet. Ja, ich weiß, dass es bei meinem Mainboard so ist, tatsächlich, dass die M2-Slots und die SATA-Slots sich auch intern quasi denselben Port teilen. Das heißt, du kannst nicht beides anschließen. Das könnte natürlich auch zu einem Problem geführt haben, als du die zweite M2 angeschlossen hast, dass der dann die nicht gefunden hat, weil die Platte dran war. Das kann sein. Weil der hat halt intern auch nur so und so viel Bandbreite über so und so viele Ports. Und wahrscheinlich war das da noch eine Schwierigkeit. Aber für mich bin ich jetzt sehr glücklich, dass das Ding wieder läuft. Ich bin jetzt immer noch weiterhin kein Fan von Windows. Aber ich habe auch festgestellt, dass mein Elgato-Streaming-Box unter MacOS offensichtlich nicht sehr gut funktionieren soll. Ja. Und wenn ich jetzt diesen Windows-PC durch einen Mac ersetzt hätte, dann hätte ich mir auch so eine neue Elgato-Box kaufen müssen. Und jetzt bin ich erstmal froh, dass ich kein Geld ausgeben muss und dass es einfach so weiterläuft. Und dann ist es ganz gut. Ja, ganz genau. Der Witz übrigens, wir haben ja unsere letzte Episode aufgenommen anstelle von Streaming. Deswegen ist die jetzt auch schon ein paar Tage älter. Darum habe ich auch ganz viele Neuigkeiten, die ich hatte, noch nicht berichten können. Zum Beispiel, dass ich dieses Jahr zur Spielemesse Spiel nach Essen fahre. Das war für mich schon lange klar. Aber was jetzt jüngst die Entwicklung ist, ist, dass eine meiner Lieblingsspielefirmen, nämlich Thundergriff, Thundergriff Games, die kennt man von Spielen wie Darwin's Journey oder Ivari oder Eyo, was ich ja ganz fantastisch finde, was kaum einer kennt. Bei denen werde ich arbeiten am Stand. Und zwar Freitag bis Sonntag, jeden Tag. Und da deren Spiele erklären. Was für mich total einfach ist, weil ich die sowieso alle kenne. Also vielleicht haben sie noch irgendwas, wo ich die Regeln noch nicht so gut drauf habe. Aber ich gehe davon aus, dass ich die Spiele, die sie da vorstellen, sowieso alle kenne. Und dann werde ich da einfach abhängen und Spaß haben den ganzen Tag. Und da freue ich mich richtig drauf. Da werde ich nicht nur bezahlt für, sondern kriege auch noch irgendwie geheime Geschenke. Man weiß nicht so genau was. Wahrscheinlich schenken sie mir irgendwelche Spiele, die sie überhaben. Und dann hänge ich da ab und freue mich eine Weile. Und abends gehe ich mit denen essen. Und dann, also wenn ihr auf der Spiel seid und mich treffen wollt, dann kommt einfach zu Thundergriff. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die sitzen. Aber das werde ich auf jeden Fall noch bekannt geben, bevor es passiert. Und da bin ich dann. Und dann könnt ihr irgendein Spiel von mir erklärt bekommen. Und dann könnt ihr das spielen. So. Und ich bin richtig, richtig, richtig glücklich. Ja, cool. Habe ich voll Lust drauf. Wärst du auch sonst zur Spiel gefahren? Genau. Ja, ich hatte sowieso schon geplant, das ganze Wochenende da zu verbringen. Habe auch schon ein Tell und so, einen Zug. Und habe halt jetzt nur dieses Angebot gekriegt, für die zu arbeiten. Ich hätte auch für sonst was für eine Spielefirma arbeiten können da. Weil die suchen halt alle irgendwelche Helfer und Helferinnen. Ja. Aber Thundergriff mag ich halt. Und da kenne ich die Spiele. Deswegen ist es für mich besonders einfacher und angenehm. Du musst die Spiele also gar nicht lernen. Genau. Ja, richtig. Gerade bei den größeren Kloppern, sowas wie Darwins Journey, ist halt jetzt gerade dieses Jahr quasi erschienen. Das ist halt ein relativ umfangreiches Eurogame. Das kann ich dann halt einfach erklären, ohne dass ich es mir vorher noch mal beitrenne. Was ist denn ein Eurogame? Ein Eurogame ist ein, das ist quasi die Unterscheidung zwischen Eurogame und Emi-Trash-Game. Emi-Trash-Games sind so Spiele, wo du 5000 Würfel wirfst und dann hast du 700 Erfolge und dann klopfst du mit deiner halben Army die andere Army weg. So. Das ist so ein typisches amerikanisches Emi-Trash-Game. Und ein Eurogame ist so das Gegenstück. Du hast irgendwelche Karten in der Hand und überlegst dir, was machst du mit denen. Und dann setzt du irgendwelche Leute auf irgendwelche Felder und dann hast du eine Aktion und dann machst du diese Aktion und damit bekommst du dann neue Karten. Und mit den Karten kannst du dann die Menschen wieder auf andere Felder setzen. So. Das ist so ein typisches Eurogame. Okay. Also ein Arbeitersetz-Spiel im Grunde. So wie Stone Age oder weiß ich nicht. Also es gibt verschiedenste Spiele dieser Art. Und Darwins Journey ist halt eben auch eins davon. Ja, und wie gesagt, da freue ich mich drauf. Spiel in Essen. Die ist vom 5. bis zum 8. Oktober. Ich werde, wie gesagt, das Wochenende da sein. Also ist noch ein bisschen hin. Genau, ist noch ein bisschen hin. Aber muss natürlich geplant werden. Gerade die Bahnfahrt, die wird halt immer teurer. Und Hotels gibt es da wahrscheinlich inzwischen auch nicht mehr. Ja, Tagestickets sollte es aber geben. Die kosten, weiß ich nicht, 20 Euro oder so. Ich plane tatsächlich da nichts zu kaufen. Also bislang habe ich kein einziges Spiel, was ich da kaufen will. Es gibt zwar einige, die mich irgendwie interessieren würden. Aber ich habe einfach genug Spiele und muss da nicht unbedingt was zu kaufen planen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass mir irgendwas über den Weg läuft. Aber ich fahre da hin und gehe davon aus, dass ich maximal mit den Geschenken wieder zurückkommen werde, die ich da bekomme. Weil natürlich wollen die Spielehersteller und Spieleherstellerinnen da auch irgendwelche Geschenke loswerden, um Werbung zu machen und so. Und zwischendurch werde ich auch ein bisschen Zeit haben, um da rumzulatschen und andere Spiele kennenzulernen. Genau. Aber nichts zu kaufen. Okay, cool. Und wenn du so viele Spiele hast, stressen die dich nicht, dass du die eigentlich mal spielen müsstest? Doch schon, tatsächlich so ein bisschen. Aber vor allem des Platzes, wegen den sie einnehmen. Weil ich weiß nämlich, da kommen auch noch einige dieses Jahr hier ins Haus geflattert, die ich vorbestellt habe. Und die brauchen halt irgendwie Platz. Und das stresst mich, die muss ich irgendwie loswerden. Ja. Vor allen Dingen stresslos werden ist, glaube ich, häufig ganz gut. In der Tat. Ich habe jetzt auch eine Sache, die mich schon relativ lange gestresst hat. Da bin ich losgeworden. Da bin ich sehr glücklich drüber. Glaube ich jedenfalls. Bis jetzt bin ich da glücklich drüber. Mhm. Und zwar Duolingo habe ich aufgehört. Ach. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Immer dieses jeden Tag was machen, weil sonst ist diese Eule böse mit allem, weil man ja seinen täglichen Streak da verliert. Das ist mir so auf den Geist gegangen, dass ich jetzt gesagt habe, ich mache da nicht mehr mit. Ja, kann man machen. Ich mache das tatsächlich ganz gerne. Ja, ich habe einfach... Bei mir endete das dann meist, dass ich irgendwie abends um zehn im Bett nochmal eben anderthalb Minuten mich da durchgeklickt habe, damit ich den Streak nicht verliere. Und das bringt es ja nicht. Nee, das... Ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich lerne da halt Spanisch. Und Spanisch lerne ich auch deswegen, weil Thundergriff halt zum Teil Spanisch spricht. Also, ne, dann kann ich mich mit denen einfach vielleicht unterhalten. Je nachdem, wie gut ich bis dahin bin. Mal gucken. Muy bien. Ja, genau. Nee, ich bin da sehr glücklich. Also gerade dieses, dieses du musst täglich was machen, sonst verlierst du den Streak oder was auch immer. Das hat mich voll genervt. Kann ich verstehen, aber das ist ja auch das, was dann tatsächlich zu Lernerfolgen führt. Also bei mir ist es halt so, ich mache das auf und dann... Ich mache das halt jeden Tag auf und dann mache ich da meine eine Mission, die ich machen muss. Und dann gibt es aber am Schluss so Achievements. Also du kannst so verschiedene Aufträge erfüllen und dann bekommst du halt irgendwelche Gummipunkte. Und von dem ersten Auftrag, nachdem ich meine erste Sache dann erfüllt habe, sagt er, ah, du hast übrigens schon zwei Drittel von diesem Auftrag erfüllt. Und dann denke ich, ja, komm, dann machst du halt noch einen und erfüllst du das letzte Drittel davon auch noch. Und dann mache ich das und dann freue ich mich. Und dann sagt er, die zweite Aufgabe übrigens, hast du auch schon zwei von fünf Teilen erfüllt. Ach Mensch, ja, komm, drei nur noch, das schaffe ich ja auch noch. Und dann mache ich die drei halt auch noch. Und dann habe ich aber schon insgesamt irgendwie eine Viertelstunde Spanisch gemacht. Und das motiviert dich dann, dass du da irgendwelche Gummipunkte bekommst? Ja. Und glaubst du, dass es dich auch in der Sprache weiterbringt? Unbedingt. Weil ich habe nämlich das Gefühl gehabt, dass es mich nicht weitergebracht hat in der Sprache. Okay, interessant. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich glaube, dass es mich weiterbringt. Nicht nur deswegen, weil ich nicht jeden Tag, aber jeden dritten Tag, würde ich schätzen, neue Vokabeln lerne, die ich dann natürlich auch nicht wahnsinnig viel benutze und dann auch wieder welche vergesse. Aber ich verstehe halt schon immer mehr. Und deswegen habe ich das Gefühl, das funktioniert. Ja. Na gut. Also bei mir hat es jedenfalls nicht funktioniert und deswegen habe ich das jetzt aufgegeben. Und ich, also jetzt gerade, man hat ja so Streak Freezes und die sind jetzt abgelaufen. Also jetzt bin ich tatsächlich wieder, müsste ich wieder bei eins anfangen. Okay. Ja. Und deswegen, das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, finde ich. Kein Stress. Ja, das ist auch wichtig. Stress vermeiden ist auch extrem wichtig. Ja. Mit diesem PC, was ich erzählt habe, da hatte ich auch so viel Stress. Das hat mich auch so genervt. Und ich bin da jetzt sehr glücklich, dass das wieder funktioniert. Und da habe ich ja jetzt Geld gespart. Also ich habe jetzt quasi, quasi fast 800 oder fast 1000 Euro gespart, dadurch, dass ich keinen neuen Mac kaufen musste. Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du hast irgendwas gekauft. Du hast irgendwas gekauft. Was hast du gekauft? Ich habe mir eine Armbanduhr gekauft. Im Jahr 2023 kaufst du eine Armbanduhr. Ja. Das haben andere Leute vor 100 Jahren gemacht. Die wollte ich mir tatsächlich schon letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag kaufen. Da ist sie nämlich ungefähr rausgekommen. Die ist aber, sie ist nicht limitiert, diese Armbanduhr, aber man kann sie immer nur in limitierter Stückzahl erwerben. Oder man kann halt nur eine erwerben pro Tag, pro Person. Und es werden halt auch, es gibt halt auch nicht so viele, die man dann kaufen kann an dem Tag. Das heißt, von dem Laden, wo ich mir diese Uhr gekauft habe, bildet sich morgens eine Schlange, kurz vor der, bevor der Laden aufmacht. Dann steht man da und Leute stellen sich dann an diese Schlange an, obwohl sie gar nicht wissen, also da ist eine Schlange, da muss es ja was geben, da stelle ich mich an. Naja, und ich war letzten Samstag in Hamburg zum Fußballspiel und war vorher noch in der Innenstadt und war so gegen 10 Uhr am Jugendveranstieg und da war eine Schlange vor dem Swatchladen. Und dann habe ich gedacht, oh, eine Schlange, da stelle ich mich mal an, was es da wohl gibt. Ich wusste natürlich, was es da gibt. Und zwar gab es, gibt es da die Omega Swatch Moon Swatch. Omega und Swatch gehören, die sind ja eigentlich, ich will nicht sagen eine Firma, aber gehören zum gleichen, zum gleichen und nicht zum gleichen Unternehmen, sondern, also die gehören zusammen. Okay. Und von Omega gibt es eine Moon Watch. Mhm. Und jetzt hat, gibt es halt eine, oder gibt es mehrere Swatch, Uhren in verschiedenen Farben, die halt dem Design dieser Omega Moon Watch angepasst sind. Die heißt jetzt, heißt dann aber Moon Swatch, weil es dann eine Swatch ist. Natürlich. Und da habe ich mir halt eine von gekauft. Es gibt, keine Ahnung wie viele verschiedene, elf, glaube ich, elf verschiedene. Ich habe mir die gelbe gekauft. Mhm. Die heißt Mission to the Sun. Ist weiß, weiß-gelb und die fand ich ganz cool. Mhm. Farbe finde ich auch gut. Ist die, vor allen Dingen so die grauen und die schwarzen, das sind wohl die, die am meisten verkauft werden. Und die dann auch irgendwie für 50% Aufschlag bei eBay Kleinanzeigen wieder weiterverkauft werden. Super, ja. Weil man sie halt nur, tatsächlich nur in offiziellen Swatch-Läden kaufen kann. Mhm. Und nicht online bestellen. Und sie halt immer nur tatsächlich in limitierter Stückzahl verkauft werden oder verfügbar sind. Ja. Ich sehe, das ist nicht nur eine Swatch, sondern es ist ja auch eine Omega Speedmaster. Genau. Ist ja verrückt. Früher waren das echt separate Firmen. Ich meine, James Bond hätte nie eine Swatch getragen, aber eine Omega schon. Genau. Das ist eine Omega Swatch zusammen. Der Spion, der mich rübte zum Beispiel. Die Omega Uhr mit dem Faxgerät drin. Ja. Solche Dinge. Ich sehe jetzt hier gerade ein Bild von dieser Uhr. Da ist vielleicht, du kannst mir das bestimmt erklären. Da steht oben rechts Tachymetra. Und dann sind da Zahlen von 60 bis 500. Was ist das denn? Kann ich sie nicht erklären. Schade. Ja. Weil das habe ich schon häufiger auf Ohren gesehen und habe keine Ahnung, was das ist. Weißt du was? Ich kurz mal lach. Live googeln der Podcast. Tachymeter. Ja. Ist ein Gerät, mit dem man horizontal Richtung, vertikal Winkel und anders als mit einem Theodoliten auch die Schreckstrecke zum Zielpunkt ermitteln kann. Ach. Sehr gut. Da bin ich jetzt flau geworden. Da kann ich jetzt die Strecke zum Zielpunkt ermitteln. Ja, wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Dann war ich halt das erste Mal wieder in so einem Swatch-Laden. Das Swatch war ja so in den 80ern, 90ern eigentlich immer so sehr beliebt. Und irgendwie dazwischen, keine Ahnung, kam es bei mir nicht so mehr vor. Also, außer, dass halt am Jungvonstieg der Laden ist. Aber die haben auch sonst ganz coole Ohren. Also, die haben auch Uhren mit NFC drin, wo du mit bezahlen kannst. Mit Swatch Pay. Statt Apple Pay machst du dann Swatch Pay. Ja, finde ich ganz cool. Und ich trage diese Uhr tatsächlich auch. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich die in den Schrank gelegt habe und bei Ebay verkaufe, ne? Ja. 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 Manchmal kaufe ich auch Sachen, die, wo der Preis jetzt nicht so, oder wo die Qualität nicht unbedingt hundertprozentig sein muss, sondern einfach, weil ich denke, hey, das ist ein lustiges Gadget. Und solche Dinge kaufe ich dann häufig im chinesischen Fachhandel. Bei AliExpress. Und da war ich letztens am irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, was ich da geshoppt habe, irgendwelche Kleinigkeiten. Und dann gab es dann unter den Angeboten hier, will sie das nicht auch noch kaufen, gab es so Fake-Lego-Dinger. Mhm. Und da habe ich mir ein sicherlich 100% lizenziertes Fake-Lego-Zelda-Breath-of-the-Wild-Master-Sword gekauft. Mhm. Das hätte bei Lego sicherlich irgendwie in der Größe wahrscheinlich so 40, 50 Euro gekostet. Ähm, kostet er jetzt hier 15 Euro. Und ist, ähm, so eine Glow-in-the-Dark, aus Glow-in-the-Dark-Lego. Also, die Klingel. Die steht halt in so einem Podest. Sieht so ähnlich aus, wie, ähm, die limitierte Version von Breath of the Wild, das Schwert, was man dazu bekommen hat. Ja. Ja. Witzig. Und das trägst du auch, oder steht das nur rum? Ähm, das steht hier nur rum, aber ich kann das tatsächlich aus diesem Podest rausziehen. Oh, cool. So, wenn ich hier... Warte. Ah, so. Und, äh, kann man jetzt natürlich im Podcast nicht so gut sehen. Es ist relativ klein für meine Hände, also somit... Es ist halt kein echtes Schwert, aber es ist schon irgendwie 1 zu 2. Nur, die Klinge ist halt irgendwie nur ein Drittel der Länge, die das eigentliche Master-Schwert hätte. Ich komme mit drei Fingern komme ich um den Griff hinten ran. Und, äh, ich würde das jetzt nicht so, ähm, als Schwert benutzen, weil, ähm, es ist halt doch so ein bisschen leicht auseinanderzunehmen. Also, diese Flügel, die zum Beispiel am Master-Schwert am Griff oben dran sind, die sind halt nur über so ein Lego-Pubble festgemacht und die fallen halt so... würden halt sofort wieder abfallen. Ja. Ja. Aber so zum Hinstellen ist es, glaube ich, ganz nett. Ja, schön. Ähm, ich habe tatsächlich auch was Spannendes zu berichten. Ich habe nämlich neulich nachts ziemlich wenig geschlafen, weil ich im Kino war und der Film sehr, sehr, sehr lange gedauert hat. Ich war natürlich im Savoy in Hamburg, weil die eine 70-Millimeter-Kopie hatten vom Film Oppenheimer. Ähm, der neueste Film von Christopher Nolan, den manche Leute nicht mögen und warum auch immer das schick ist, den nicht zu mögen. Mir hat der Film gefallen. Er erzählt halt die Geschichte von J. Robert Oppenheimer. Niemand weiß, wofür das J steht und der selber wollte das wohl auch niemandem sagen. Ähm, und Oppenheimer ist der Typ, der in seinem Leben die Atombombe erfunden hat und mit einem riesengroßen Team und sehr viel Aufwand gebaut hat und gezündet hat. Das sogenannte Manhattan-Projekt. Genau, das sogenannte Manhattan-Projekt. Und das wird halt, das ist quasi die Geschichte, die in diesem Film erzählt wird. Und ich finde, das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also es ist, ähm, überraschend. Also es gibt tatsächlich überraschende Momente, weil ich wusste halt nicht viel über Oppenheimer. Wer eine Biografie von dem gelesen hat, weiß vielleicht mehr über ihn. Ähm, ich wusste nicht so wahnsinnig viel. Deswegen war der Einstieg auch ein bisschen schwierig. Der fühlte sich so ein bisschen an wie so ein Speedrun durch sein Leben. Ähm, und dann irgendwann wird der Film aber sehr langsam und erzählt sehr, äh, tiefgehende Geschichten. Und, ähm, ich will gar nicht so viel zu diesem Film spoilen, weil da tauchen natürlich in der Zeit von Oppenheimer haben sehr viele Wissenschaftler gelebt, die da dann auch alle auftauchen. Was ich aber noch erwähnen möchte, ist, dass es ein unglaubliches Star-Aufgebot hat, dieser ganze Film. Ähm, der Oppenheimer selbst wird gespielt von Cillian Murphy. Ähm, guter Schauspieler, kennt man vielleicht aus Batman. Ähm, tauchen auch andere Leute auf, die bei Batman mitgespielt haben, also bei den neueren Batman-Filmen, was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, weil der, die ja auch von Christopher Nolan sind und der natürlich dann seine gewohnte Riegel lieber wieder genommen hat, statt wie ein neues kennenzulernen. Das machen ja irgendwie alle so. Und, ähm, es gibt sehr, sehr viele Figuren in diesem Film. Deswegen, also auch so ein Jack Quaid taucht zum Beispiel auf als irgendwie Nebenfigur, der Brad Bormler gespielt hat bei Lower Decks oder auch, äh, Yui bei The Boys. Ähm, und viele andere spielen ja auch, auch mit, die ich da einfach nicht in diesen Rollen erwartet hätte, unter anderem ein Josh Harknett. Und Josh Harknett, äh, kennen die meisten gar nicht. Und die wenigen, die ihn kennen, kennen ihn wahrscheinlich von so Filmen wie Pearl Harbor. Der kam 2001 oder so ins Kino, oder 2000. Mhm. Und da war da so ein jugendlicher Jungstar und total beliebt und so. Und dann hat er irgendwann einfach aufgehört, Filme zu machen. Deswegen hat er mich sehr überrascht, dass ich den in diesem Film hier wieder getroffen habe. Ähm, und hab's noch erst gar nicht begriffen. Aber dann irgendwie so noch, nach zweieinhalb Stunden Filmzeit hab ich dann verstanden, dass er das ist. Äh, da war ich, ähm, war ich überrascht. Und auch viele andere überraschende Figuren haben halt auch sehr kleine Rollen dann einfach nur. Und, ähm, ist natürlich ein fulminanter Film, weil im Grunde geht es darum, Oppenheimer hat diese Bombe zwar gebaut und findet das technisch auch wahnsinnig faszinierend, ähm, macht sich aber unglaubliche Vorwürfe darüber, weil er halt eine Bombe gebaut hat. Und derjenige ist, welcher diese Bombe gebaut hat, die natürlich dann auch zum Töten von Leuten benutzt wurde. Und das, ähm, kommt in diesem Film sehr gut rüber. Also es ist auch filmisch, filmisch schön dargestellt. Gefiel mir jedenfalls gut. Äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Film. Ähm, ob man den im Original sehen sollte, wenn man die Sprache nicht original spricht, weiß ich nicht, weil ich hab wahrscheinlich einige Teile verpasst. Aber, äh, ich mag das halt gern, die im Original zu sehen, gerade auch, weil diese 70mm-Kopie, die halt wohl bildtechnisch so viel schöner sein soll, als das digitale Pendant, ähm, eben nur in Englisch existiert, ähm, haben wir den halt da geguckt. Abgesehen davon mag ich das Savoy auch einfach sehr gerne hier in Hamburg. Ja. Ja. Ja, im Savoy war ich schon ewig nicht mehr, aber, ähm, ja, der Film interessiert mich auch, aber ich kann halt zur Zeit nicht so lange ins Kino gehen, das geht mir gerade nicht, leider. Ja, wie gesagt, es war halt sehr lang, es war halt auch noch Werbung davor, der hat um 8 angefangen, mit der Werbung, der Film begann dann irgendwann um halb 9 oder so, und dann waren wir halt um 20 nach 11 oder so aus dem Kino, mhm, und wir mussten dann natürlich noch nach Hause fahren, ähm, deswegen hab ich in der Nacht sehr wenig geschlafen. Ja. Außerdem hab ich, ähm, das Ende gesehen von der zweiten Staffel von der Flaggschiff-Serie von Star Trek aktuell, das ist nämlich Strange New World, und, äh, ich möchte nichts spoilern hier in diesem, in diesem Podcast darüber, bin aber unfassbar begeistert von dieser zweiten Staffel und würde sie am liebsten sofort nochmal sehen, weil die einfach sehr viele Experimente wagt, und die meiner Meinung nach alle geglückt sind, also die erzählen tolle Geschichten, die Figuren werden einfach alle, ähm, alle gut dargestellt, ich weiß von jeder Figur auf diesem Schiff jetzt, was sie tut und was ihre Ideen und Wünsche so sind, und sie haben halt ganz faszinierende, faszinierende Episoden, also, ähm, wenn ihr überhaupt nicht gespoilt werden wollt, dann springt jetzt mal eine Minute, Dankeschön, ähm, es gibt nämlich zum Beispiel eine Crossover-Episode mit Star Trek Lower Decks, wo auch niemand vermutet hätte, dass sowas passieren kann, weil Lower Decks halt eine Zeichentrickserie ist und Strange New World ist eine Echtserie, und es gibt eine Musical-Episode und die sind beide unfassbar krass, also, das habt ihr vorher noch nicht gesehen, sowas, gefällt mir einfach super gut. Musical-Episode sind ja meist für Zack Cringe. Ist diese vielleicht auch, weil Musical-Episode sind ja per se immer irgendwie mit Gefühlen und so, und das kommt aber in dieser, in dieser Episode einfach sehr gut rüber. Die Stücke sind alle total toll, unbedingt gucken, gefällt mir sehr gut, ähm, ja, so, Spoiler Ende. Okay. Ja, ähm, ich hab, ähm, auch wieder eine, eine Serie geguckt. Ich glaube, ich hab da vor ein paar Wochen schon mal drüber berichtet, ähm, und jetzt hab ich tatsächlich die Zeit gefunden, ähm, jedenfalls die Episoden, die schon draußen sind, äh, von dieser Serie zu gucken, weil ich hab diese Serie sehr, sehr gerne geguckt, ähm, früher, ähm, aber sie wurde leider vor zehn Jahren eingestellt. Und jetzt, zehn Jahre später, ähm, gibt's neue Folgen von Futurama. Ähm, Episode 1 bis 3 ist jetzt raus von, jetzt wird's ein bisschen kompliziert, ähm, äh, Staffel Nummer 8, die aber in Disney Plus unter Staffel Nummer 11 zu finden ist. Was war das denn? Die haben früher sieben Staffeln produziert, aber im Fernsehen wurden sie ausgestrahlt in einer anderen Staffel Splittung. Oh. Und zwar wurden sie dort als zehn Staffeln ausgestrahlt. Mhm. Ähm, ja, und deswegen heißt sie jetzt, ist das jetzt Staffel 8 beziehungsweise Staffel 11. Ähm, und das ist sehr lustig, weil, äh, ähnlich, ich hatte letztens ja gesagt, äh, dass Scream so lustig ist, weil er so Witze über sich selber macht, dass es halt keine Nummer hat, bei Scream 5. Und so ähnlich ist das jetzt hier bei dieser Futurama auch. Ähm, die machen sich halt in der ersten Sendung darüber lustig, dass man alte, ähm, wenn, wenn halt alte Fernsehserien, die schon mal abgesetzt wurden, wieder gerebootet werden oder, oder weitergemacht werden. Darum geht's halt in der ersten, in der ersten Folge. Ähm, und es ist, ich find's haben sie ganz gut gemacht. Und, ähm, ja, Futurama, ich weiß nicht, hast du früher Futurama geguckt? Nee. Gar nicht. Aber ich glaube, auch darüber hatten wir schon gesprochen. Ich weiß gerade mal, wer, äh, Nilo ist und wer Nibbler sind. Ja. Ja, also ich, ich bin ein sehr großer Futurama-Fan, ähm, gewesen auf jeden Fall und ich bin sehr froh, dass es da jetzt neue Folgen gibt und ich werde das jetzt, äh, versuchen immer zeitnah zu gucken, die, die jeweilige Folge. Ja, sehr gut. Ist ja halt auch nur irgendwie 25 Minuten lang so eine Folge, deswegen ist es jetzt nicht so kompliziert, da auch mal eben die Zeit zu finden, besonders weil ich ja jetzt keinen Duolingo mehr machen muss. Ja, richtig. Ach ja, ich kann sonst auch noch ein bisschen was erzählen, ich habe nämlich Testmuster bekommen, ähm, zu Videospielen und diese Videospiele sind Pikmin und zwar drei Stück, nämlich Pikmin 1, Pikmin 2 bei der Remastered, ursprünglich auf dem Gamecube erschienen und jetzt für die Switch und, äh, Pikmin 4. Und was ist mit Pikmin Dry? Pikmin Dry habe ich tatsächlich vor ein paar Jahren getestet, das kam ursprünglich auf der Wii U raus und dann vor ein paar Jahren als Deluxe-Version auf, ähm, auf der Switch und dann gibt's auch noch noch ein einziges Spiel, nämlich Hey Pikmin äh, für ein 3DS, das hab ich auch getestet und es gibt natürlich noch die Pikmin Go Variante oder wie auch immer die heißt auf dem Telefon, die hab ich eine halbe Stunde gespielt und dann festgestellt, das ist alles Murks und dann wieder runtergeschmissen von meinem Telefon. Aber jetzt bin ich quasi im, äh, in, hier beim, beim NMAC, äh, der Pikmin Pro und werde da die Tests demnächst alle raushauen und, äh, ähm, freu mich schon da auf diese, also gerade die Entwicklung zu sehen, die diese Spiele gemacht haben, weil gerade der, der Sprung vom ersten zum vierten Teil dürfte immens sein. Ja, das sicherlich, was, was, ähm, mir aufgefallen ist, als ich das ein bisschen gesehen habe, dass sie jetzt einen Re-Release machen von diesen Pikmin-Spielen, ist, ähm, die haben ja die Logos angepasst, sodass die Logos so aussehen wie vom, von dem vierten Teil. Ja. Aber nur auf dem Cover. Das Logo, was im Cover ist, passt nicht zu dem Logo, was beim, äh, Spielstart ist. Das ist alles, das haben sie so halb, halb gemacht, aber nicht so ganz. Ja, vor allen Dingen heißt Pikmin, was ursprünglich als Pikmin erschienen ist, auch, heißt jetzt Pikmin 1. Ja. In welchem Franchise heißt denn der erste Film irgendwas 1, abgesehen von Star Wars? Ja. So, das ist halt alles sehr merkwürdig. Aber ich hab jetzt tatsächlich den ersten Teil schon angespielt und freu mich, weil das einfach sehr, sehr charmantes Spiel ist, schon das erste. Ähm, kann verstehen, warum das so viele Fans hat, kann nicht verstehen, warum das so wenig gekauft wurde, weil das läuft bei Nintendo einfach unter ferner Liefen. Da schon, obwohl dieses Pikmin 4 schon seit Ewigkeiten in der Schublade rum, nicht? Da hat, ich glaub, Shigeru Miyamoto hat irgendwann 2017 gesagt, das ist im Grunde fertig und liegt bei ihm rum. Ähm, und dann haben sie da den Mantel des Schweigens drüber gehüllt und jetzt endlich, 2023 ist es erschienen. Also, ist einfach nicht, nicht wichtig, das Spiel bei denen. Ja, ich guck gerade, ich hab Pikmin 1 und Pikmin 3, Pikmin 3 hab ich sogar ein bisschen gespielt. Irgendwann war mir das zu anstrengend. Da artete eine Arbeit aus. Hast du da so eine App für oder was, wo guckst du jetzt gerade nach? Das ist ja total spannend. Habe ich eine App, die heißt Game Collector. Dann kann man nach, kann man seine Spiele eintragen, dann kann man nachgucken, welche man hat. Ach, man muss die eintragen, ich dachte, ich kann einfach so nachgucken. Na gut. Gut, dann sind wir durch. Arne, sind wir durch, genau. Wir hoffen, sehen uns hoffentlich wieder Mittwoch beim Streaming. Genau. Nächstes Wochenende. Welche Startup-Festplatten finden die nicht in meinem Computer? Nächstes Wochenende, Ausblick werde ich nicht zugegen sein und deswegen nehmen wir keine Episode auf. Okay. Gut. Ja, also bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.